Klingenberger Kalligrafie-Kurse seit 1992, kaum zu glauben, aber wahr. Der nächste Kurs, der findet jetzt statt vom 16. bis zum 18. Oktober. Das Ganze ist ein Wochenendseminar. Beginn ist Freitag, 18 Uhr. Schluss des Kurses ist Sonntag um 14 Uhr. Das Ganze findet statt in Klingenberg. Klingenberg ist ein Ortsteil von Scharbeutz, inmitten dieser wunderschönen ostholsteinischen Landschaft gelegen. Viele Leute fahren da hin, um Urlaub zu machen oder um ein Wochenende zu verbringen. Wir haben da unseren Kalligrafie-Kurs. In der Bildungsstätte Klingenberg werden wir rund um die Uhr versorgt. Wir haben dort Unterbringung, Verpflegung und die Seminarräume. Alles in einer Institution. Der Kurs hat diesmal zum Thema die gotische Kursive. Wir werden versuchen, eine moderne Form der gotischen Kursive zu erarbeiten. Und zwar werden wir von den historischen Beispielen ausgehend versuchen, eine Form zu finden, die zeitgemäß ist. Diese Schrift lässt sich ja sehr schön schreiben, fließt gut aus der Hand. Und damit die Einsatzmöglichkeiten vergrößert werden, werden wir die Form ein bisschen modernisieren, sodass sie auch für den heutigen täglichen Gebrauch geeignet ist, diese gotische Kursive. Das wird also das Thema sein. Okay, ich hoffe, wir sehen uns in Klingenberg. Vielen Dank.